Ich war fort, aber ich kann dir nicht sagen, wo. Die Stadt hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Viel Zeit ist vergangen. Die Machtverhältnisse haben sich verlagert. Doch die Gier bleibt die alte. Frei zu sein in der Stadt der Ketten ist noch immer das höchste Gut. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Okay, also folgendes. Ich habe eine Liste von Leuten, die man beklauen könnte. Und du hast eine Stadt, in der du dich wieder einleben musst. Northcrest Manor. Irgendwo hier drin verbirgt sich das wertvolle Erbstück des Barons. Das Herz des Löwen. Zuerst stahl ich, um zu leben. Dann lebte ich, um zu stehlen. Das ist alles, was ich kann und je können werde. Ah, dieses Gemälde habe ich gesucht. Mal sehen, ob dahinter etwas verborgen ist. Die ganze Zeit dachte ich, der Baron hat kein Herz. Doch hier ist es. Schleifender los! Ich muss hier raus. Nicht einmal du! Den Kopf der Wache! Zeit zu verschwinden. Der Mop hat Spuren hinterlassen. Es wird nicht leicht, über die Brücke zu kommen. Aber ohne Risiko kein Preis. Nur die Herausforderung zählt. Der Mop hat Spuren hinterlassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020